Herzlich Willkommen auf Darby G Homegrown. Heute werde ich euch zeigen, wie man seine eigene Chilisauce herstellen kann. Warum das wichtig ist, seine eigene Chilisauce zu machen? Du weißt, was drin ist. Du kannst alles reinmachen, was du gerne haben möchtest. Du kannst deine Zutaten selber auswählen. Du kannst auch gucken, wie scharf möchtest du die Soße haben oder wie mild möchtest du sie haben. Und ein weiterer Grund ist natürlich, im Geschäft, in den Chilisaucen, ist ja jede Menge Rotz drin. Bonifizierte Stärke, Geschmacksverstärker, Xanthan, Gamm, teilweise irgendwelche Geliermittel und Stabilisatoren und alles mögliche. Das braucht kein Mensch. Deswegen mache ich seit Jahren meine Chilisauce selber. Respekt an meinen Homie Paul Payne. Der hat mir zuallererst gezeigt, wie man eine Chilisauce machen könnte. Und ich habe das Rezept so angenommen und habe das alles noch so ein bisschen weiterentwickelt. Ich arbeite halt mit verschiedenen Sachen. Und ich mache die Chilisauce auch eigentlich jedes Mal ein bisschen anders da. Wie ich so Bock drauf habe. Also ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Gut, jetzt labere ich nicht so viel. Nämlich jetzt geht es los. Also bis gleich. Ja, dann kann es hier losgehen. Ich benutze einen Mörser aus Stein und getrocknete Chili. Da drin zerkleinere ich das Chili, den schwarzen Pfeffer, das Salz, Koriander, solche Sachen. Und dann benutze ich einen anderen Mörser, der nicht aus Stein ist, der aus Keramik ist, für das Tomatenmark und die Sachen. Weil das ist etwas, was ich erst ein bisschen später herausgefunden habe. Was wichtig ist, bei der Chilisauce selber mahlen. Man kann das natürlich auch alles mit einem Pürierstab machen, aber das Chili wird man halt mit einem Pürierstab wahrscheinlich eher nicht so klein kriegen. Also ich mache das da nicht. So, und dann muss das Ganze klein gemörsert werden. Und ich muss jedes Mal gestehen, dass es echt harte Arbeit ist, das Chili wirklich klein zu kriegen. Also man kann das auch mit einem Kaffee, mit einem Mini-Mixer, wo man einen Kaffeebohnen mitmalt oder so kann man das natürlich auch machen. Weil das so mit dem Mörser klein zu machen, ist schon echt jede Menge Arbeit. Aber ich mache es auch trotzdem immer so. Also das ist schon echt eine Arbeit, wie ihr merkt. Aber das Chili wird klein. Und wenn das noch ein bisschen kleiner ist, dann gebe ich dann auch Salz und Pfeffer hinzu und mahle weiter. Also Pfeffer und Salz. Ich benutze schwarzen Pfeffer und Himalaya-Salz. Davon, na für das, das sind 20 Gramm Chili. Und nutze ich ein paar Körnchen und ein paar Körnerfänger auch. Ja, ihr könnt alles, was ihr gerne möchtet, hinzufügen. Ich empfehle jetzt zuerst die Gewürze zu mahlen und alles, was jetzt flüssig ist, dann später in einem anderen Gefäß zu machen. Nicht in dem Steinmörser. Und euch hier auch mal einen Blick ins Stampfen zu geben. Dann muss man halt schon ein bisschen arbeiten. Also es ist fast wie eine Frau zu massieren, okay? Naja, man muss schon noch ein bisschen mehr Druck anwenden. Ich mache außerdem noch eine Nelke. Ein bisschen Schwarzkümmel. Und Kümmel mit rein. Und ein kleines bisschen Lohrbeer füge ich auch noch hinzu. Jetzt wird das Ganze wieder weiter gemahlen. Salz ist nicht so wichtig, weil es ist ja schon sehr scharf. Und wenn man viel Salz dran macht, dann ist das Ganze natürlich noch viel extrem schärfer. Also je nachdem, wie viel Chili ihr jetzt benutzt. Ich habe 20 Gramm Chili benutzt. Der Mörser, der ist fast voll. Und da benutze ich 200 Gramm Tomatenmark. Also das ist fast eine Fifty-Fifty-Mische. Also das ist natürlich schon eine sehr scharfe Chili-Soße. Wenn man da jetzt, ich mache da nur wenig Salz dran. Aber wie ihr das gerne möchtet, man kann auch Senf dran machen. Alles mögliche, was man gerne dran haben möchte. Okay. Das müsst ihr richtig ordentlich mörsern. Und dann kommt gleich Phase 2. Seid ihr bereit? Ihr braucht Knoblauch und vielleicht Ingwer oder Kurkuma, was ihr gerne möchtet. Das verarbeitet ihr auf dem Brettchen erst mal klein schneiden. Aber halt es gleich. Ja, so klein solltet ihr das Chili schon gemörsert haben. Und da sind jetzt die anderen Gewürze auch schon dran. Wie gesagt, jetzt kommt Part 2. Dabei verarbeite ich 3-4 Knoblauchzehen, Kurkuma, natürlich nicht alles davon. Aber ein Stückchen, vielleicht hier so in einem Ast. Und hier unten das Stück so. Ne, nicht alles. Das schneide ich klein. Man kann natürlich auch frische Gewürze mit rein machen. Und Petersilie, alles was man gerne möchte. Halt los geht. So, das alles erstmal ordentlich zerkleinert. Den Ingwer, den Kurkuma und den Knoblauch. Vorsicht von dem Kurkuma. Kriegt ihr richtig orangene Finger. Da könnt ihr euch ja mal eure Handschuhe anziehen oder so. Jetzt kommt bei mir nämlich der Porzellanmörser zum Einsatz. Ich will keine Schleichwerben machen. Der Porzellanmörser. Weil da werden ja dann säurehaltige Sachen drin gemacht. Und das kann bei Stein zu Korrosion führen. Deswegen benutze ich hier diesen Keramikmörser. Yeah. Und da wird das Ganze jetzt erstmal richtig gestampft. Da kommen auch die ganzen Wirkstoffe aus dem Ingwer, aus dem Kurkuma, aus dem Knoblauch raus, wenn es richtig gestampft ist. Daher ist das halt auch sinnvoll, das so zu tun. Bis der richtig schön klein ist. Dann könnt ihr da eure Gewürze hinzugeben, die ihr gerne noch möchtet. Dass Petersilie ist, Schnittlauch ist, Dill ist, Zitronengras ist, was auch immer ihr gerne haben möchtet. Solltet ihr jetzt da noch reinhauen. Ich mache da ein bisschen Oregano. Ein bisschen Zitronen-Thymian. Und ein bisschen Petersilie rein. Frische Petersilie wäre natürlich besser. Geiler auch. Aber habe ich leider gerade keine da. Außerdem kommt für die Haltbarkeit ein bisschen Essig dran. Da könnt ihr Apfelessig nehmen oder Kräutelessig. Was ihr gerne möchtet. Olivenöl. Ihr könnt auch Zitronensaft reinmachen. Man kann Apfelessig verwenden. Die Siebenkräutelessig. Kann man verwenden. Verschiedene Gewürze. Ich habe zum Beispiel einen, das wollte ich mal ausprobieren. Smoky BBQ. Aber bevor ich das bei einer Chilisauce einsetze, weil das wird ja schon eine ganze Menge Chilisauce. Das reicht gut anderthalb Monate lang. Und die ist auch so lange haltbar. Das erreicht man dann natürlich durch den Essig. Hier Siebenkräuteressig habe ich genommen. Man kann ja auch anderen Essig nehmen, welchen ich mir gerne nehmen möchte. Dann kommt da jetzt natürlich noch das Tomatenmark rein. Also das Ganze. Oder fast das Ganze. Oder wie ihr das machen wollt. Ihr könnt das auch ein bisschen verdünnen mit noch ein bisschen Wasser dazu. So, dann ist die Mischung auch so ziemlich da. Ihr seht, da ist einiges an Öl und Kräutern und Gewürzen. Und aber jetzt auch einiges an Tomatenmark, was sich ganz gut miteinander vermischt. Das könnt ihr jetzt erstmal ordentlich vermengen. Und dann kommt da natürlich auch noch das Chili, was ihr mit dem Pfeffer und dem Salz und dem Koriander oder was ihr reingemacht habt, gemahlen habt. Man kann Senf reinmachen. Senf, Kurkuma und Koriander zusammen. Das ist dann natürlich Curry. Nur du hast den Curry dann selber gemischt. Also man kann alles mögliche ausprobieren. Man kann ganz neue Sachen ausprobieren. Oder was ganz Traditionelles machen. Aber man hat die Zutaten selber zusammengestellt. Man hat sie vielleicht selbst aus dem Garten geflippt. Das ist was ganz anderes. Okay? Respekt. Weiter geht. Ja, da komme ich zurück zu meiner Gewürzmischung aus dem Mörser. Die kommt jetzt hinein in meine Tomatensauce. So, ich habe das Ganze schon ein kleines bisschen untergerührt. Aber ihr seht, da ist noch ziemlich viel Chili. Und das Ganze wird jetzt richtig ordentlich miteinander vermengt. Und dann müsstet ihr 400 Gramm Chili-Soße rauskriegen. So große Gläser in etwa. 2 mal 200 Gramm. Und so geht jetzt auch wieder was von den Chili-Körnern, die da jetzt natürlich noch nicht ganz klein gemahlen waren. Die aber natürlich schon ganz klein gemahlen sind bei Cheyenne-Pfeffer. Also das Cheyenne-Pfeffer hat schon seine Schärfe verloren. Aber so wie ich das jetzt hier mache, das waren ja ganze Chili-Samen. Und die waren noch nicht ganz zu malen. Aber die werden jetzt hier noch in die Soße hinein gemahlen. So, das ergibt auch wieder eine viel fruchtigere Schärfe, als wenn ihr fertig gemahlenen Cheyenne-Pfeffer, also kleines Chili-Pulver, kauft. So, eure Chili-Soße dann so richtig wie feurige Chili-Soße aussieht. So wollen wir sie ja auch haben, ne. So, und jetzt könnt ihr das in euer 1-Garoses-Glas oder in 2 kleine Gläser abfüllen. So, in so 2 Gläser habe ich mir das jetzt abgefüllt. Das sind 2 mal 200 Gramm ungefähr. Die könnt ihr jetzt so im Kühlschrank bis zu 2 oder 3 Monaten sogar aufbewahren. Könnt ihr ja immer wieder probieren. Solange ihr da nicht mit einem schmutzigen Messer reingeht oder mit einem schmutzigen Löffel oder so, dürfte da nichts passieren. Okay? All right, dann lasst euch schmecken. Macht's gut. Abonniert meinen YouTube-Kanal. Ich sag Peace. Schönen Abend noch. Haut rein. Check.